Hier kommen die Barbecue-Spaghetti, oh ja, Freunde. Ah, dranbleiben, super einfach. Natürlich nur bei der Grillshow. Mhh, los geht's. Onkel Joddy's back, heute mal keine Tiefgrillpizza, Freunde. So an Fleisch, los geht's. Zwiebel unten rein, so ein bisschen als Schutzschild, die können verbrennen. Fleisch drauf, wir rubben einfach in den Topf, ist ganz einfach. Dann verkommt nix hier, ne? So, dran drücken, andere Seite auch, das Girl am Strand ein bisschen einpudern hier. Mhh, ein paar Tomatoes hin, ein paar Dosen, die ja auch hier, ne? Ja, zack und dann Barbecue-Soße oben drauf. Einfach eine eurer Wahl, die euch am besten schmeckt. Ja, und schon haben wir gleich diese Barbecue-Spaghetti. Ab zum Kreuz, Kreuzmini nehmen, ja? Der Datschofen hat keine Füße. Und jetzt hier ein bisschen Cola da drauf hier und zack, aufgestellt. Uah, da oben auch noch ein paar drauf. Dann lässt man es ein paar Stunden datschen und dann, als das Fleisch weich ist, ein bisschen abpudern hier, runter du mit Baby, ja? Ab aufs Kreuz, ja? Und dann, Deckel auf, voila, und dann lässt man es pullen. Haha, oh, sehr schön. Man kann das Fleisch auch rausnehmen und dann pullen. Ich habe es jetzt hier im Topf gemacht. Geht natürlich auch, aber danach saugt sich das Fleisch schön mit dem Saft auf. Oh, ihr werdet gleich sehen, wie es aussieht. Oh, bloß nichts wegkippen, Freunde. Mhh, oh, sieht das gut aus. Ja, ein Sößchen fürs Höschen. Deluxe. Oh, und ihr seht schon. Jetzt lässt man es noch ein bisschen hier ziehen, ja? Oh. In der Zwischenzeit kann man ein paar Spaghetti machen, ja? Und dann nimmt man sich die aus dem Topf. Ja, und dann das rauf. Oh. Mhh, ja, und jetzt endlich das Fleisch. Ja, damit. Oh, sieht das gut aus. Mhh, oh, und dann natürlich noch eine Kelle Soße rüber, ja, ja. Oh. Oh, sieht das geil aus. Ihr braucht das und ich auch. Bisschen Parmesan rüber und dann ab in den Hals. Mhh, alle Angaben in der Infobox. Na, da wollen wir mal probieren. Die Barbecue-Spaghetti. Ein paar Nudeln drehen mit Fleisch und dann rein damit. Mhh, ab in den Hals. Zweiter Versuch. Mhh, ein Nüdelchen. Ja, Italien. Komm, setzt euch hier drauf. Ja. Mhh, 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 mhh. Wadders nach. Denn es wird sich lohnen. Mhh, ganz genau. Mhh. Boys and Girls, lasst dem Daumen nach oben brennen. Besucht die Grillshow.de. Werdet Kanalmitglied. Und so weiter für geilen Stuff obendrauf. Bis bald, Freunde. Äh, Van der? Werdete? Werdet Kanalmitglied.